Wie entsteht Vertrauen? Was bedeutet Sicherheit? Wie entstehen Innovationen? Wie werden Ideen Wirklichkeit? Nur das Besondere, das Außergewöhnliche macht Geschichte. Unsere beginnt vor mehr als 150 Jahren an zwei Orten und beinahe gleichzeitig. Zwei Menschen aus einfachen Verhältnissen stammend, wagen unabhängig voneinander den Schritt in die Selbstständigkeit, voller Mut und Tatendrang. Mit ihrem Ersparten legen sie den Grundstein für zwei Unternehmen, deren Fundament die Zeit bis ins Heute überdauerte. Johann Friedrich August Bausig gründet die gleichnamige Eisengießerei und Maschinenbauanstalt in der Chausseestraße vor dem Oranienburger Tor in Berlin. Die Geburtsstunde der Bausig-Werke. William Dörning errichtet im sächsischen Kainsdorf ebenfalls ein Maschinenbauunternehmen und begründet damit die Anfänge der Zwickauer Maschinenfabrik, kurz ZM. Beide Unternehmen fertigen in der Anfangszeit Dampfmaschinen und wachsen überdurchschnittlich schnell. Bausig wird gar zum größten Lokomotivbauer Europas. Damit trägt das Unternehmen dazu bei, Berlin weltweit als Industriestandort bekannt zu machen. Indes werden in der Zwickauer Maschinenfabrik bereits 1880 die ersten Kompressoren gebaut. In den letzten 100 Jahren hat sich vieles verändert. Doch die wichtigsten Dinge haben wir vereinigt und uns bewahrt. Bis heute stehen die Namen Bausig und ZM für Erfindungsreichtum, Innovationsgeist und Ehrgeiz ganz im Sinne der Gründer. Und wir zehren aus dem Wissen aus über 150 Jahren Erfahrung. Wir sind Bausig ZM. Jedes neue Projekt bedeutet für uns, eine Verbindung fürs Leben einzugehen. Unser über Generationen erworbenes Wissen macht es uns möglich, ein jedes Produkt, eine jede Anlage einzigartig und für ihre speziellen Bedürfnisse maßgeschneidert zu entwickeln und zu fertigen. Jeden Wunsch, auch den Speziellsten, lassen wir Wirklichkeit werden. Schritt für Schritt wird so aus detaillierter Planung und virtuellem Entwurf ein reales Produkt. Erdacht von den besten Köpfen, gefertigt von den begabtesten Händen. Unsere Maschinen werden höchsten internationalen Qualitätsansprüchen gerecht. Genauigkeit und die Liebe zum Detail bezeugen dabei unsere hohen Produktionsmaßstäbe. In unseren Werken in Merane und Flensburg wird Komponente für Komponente erschaffen und letztlich zu einem Ganzen zusammengefügt. Bis wir schließlich unsere Verdichter zum vereinbarten Zeitpunkt in die ganze Welt ausliefern. Wir erschaffen Anlagen für Industrien mit höchsten Anforderungen und Sicherheitsansprüchen. Für die chemische und petrochemische Industrie, für die Öl- und Gasindustrie, für Kraftwerke und für die Erdgasförderung, den Erdgastransport und die Erdgasspeicherung. Darüber hinaus umfasst unser Service Montage, Montageüberwachung, Inbetriebnahme, Training des Vor-Ort-Personals, Wartung und Service hier und überall auf der Welt. Unser Antrieb ist unsere Leidenschaft zur Entwicklung neuer Technologien. Denn das heute kann ganz im Sinne der Unternehmensgeschichte nur eine Momentaufnahme sein. Unsere Innovationsfreude lässt uns schon jetzt in der Zukunft denken, forschen und planen. So fertigen wir als einer von nur wenigen Anbietern in Europa Kolbenverdichter und Turboverdichter für schwersten Dauereinsatz. Eine Verbindung fürs Leben bedeutet für uns nicht nur die Weiterbetreuung nach der Inbetriebnahme, sondern auch eine überdurchschnittlich hohe Laufzeit unserer Verdichter. Wir sind hier bei der Holborn Europa-Raffinerie. Das ist eine klassische Raffinerie zur Herstellung von Kraftstoffen wie Diesel, Benzin und verschiedene Gassorten mit einem Jahresdurchsatz von 5 Millionen Tonnen Rohöl. Also die Maschine, die da vorher stand, die war fast im Jahre 1952. Die war also schon sehr, sehr alt. Deswegen haben wir uns entschieden, eine neue Maschine zu kaufen. Und die Wahl traf dabei auf die Firma Borsig. Zum einen, weil für uns sehr wichtig ist, dass die Maschine zuverlässig ist. Und auch der Preis hat dabei eine Rolle gespielt. Höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, bedeutet für uns nicht nur deutsche Wertarbeit, sondern auch Zuverlässigkeit unserer Anlagen für eine hohe Verfügbarkeit innerhalb ihrer Prozesse. Wir sind hier bei der Firma Bayer Material Science am Standort Brunsbüttel. Wir erzeugen hier als technisches Gas Wasserstoff und CO, was entsprechend in der Produktion weiterverarbeitet wird. Wir kaufen grundsätzlich Produkte, die langlebig sind, die hohe Qualität haben. Denn eins ist sicher, wir müssen mit diesen Maschinen auch Geld verdienen. Und das können wir eigentlich nur mit Produkten, die hohe Qualität haben, bewerkstelligen. Durch die Qualität unserer Produkte verdienen wir uns das Vertrauen unserer Kunden. Tag für Tag. Gestern, heute und morgen. Denn unsere Produkte sind eine Entscheidung fürs Leben. Wir sind ein Chemieunternehmen und stellen Fettalkohle und Tonerden her und gehören zum Sasso-Konzern mit Sitz in Südafrika. Die alte Maschine, auch die wird noch viele Jahre für uns tätig sein müssen. Und der Neubau, den wir vorhin gesehen haben, da rechnen wir auch mit 30, 40, 50 Jahren Sternzeit. Das ist heutzutage kein Problem und technisch merkbar. Ob in Europa, in Australien, im Mittleren und Nahen Osten, in Afrika oder Asien. Kunden rund um den Globus arbeiten mit unseren Produkten. Weil sie uns vertrauen. Weil sie wissen, wir bedeuten Sicherheit. Weil sie wissen, mit uns entstehen Innovationen. So werden Ideen Wirklichkeit. Seit mehr als 150 Jahren. Wir sind Borsig ZM.